Alter, was ist das denn für'n Sound? Junge, das ist ja... Geistesgestört, also wortwörtlich, aber das Ding ist ja schon, wie's anfängt. Au, was ist das für'n Soundbild, Mann? Suck the big man's nuts. Oh yeah, it's your boy G-Mo. Oh yeah, it's everybody talking about a fucking justice. Love and tolerance, shit, fuck man. I've seen nothing, all I've seen is fucking hate. Fuck man, that's not democracy. People fucking dying on the street for nothing, just for the skin of their colours. Nobody ain't use shit about it. Fuck the people on the other track. The fucking groups of the system full of fucking hate. The fucking discrimination for no reason. Full of all of the reasons. How come one get rid of more than due to hate? All we do is pretend out nothing is happening. It's fucking disgusting. It's time for us to stand for a word. I give a fuck. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab mir das schwieriger vorgestellt. Ich hab mir das schwieriger vorgestellt auf dem Beat. Ganz ehrlich. Alter, das ist, das Video ist traumhaft, Mann. Ich hab mir das schwieriger vorgestellt. In der Zeit gehen die Menschen in immer mehr Städten auf die Straße. Dunkelwürdige Menschen werden hier nicht anständig behandelt. Fuck. Ich hoffe, dass wir endlich das System verändern. King Dominic Records. Ei, ei, ei. Es war okay. Der erste Song, der hat mir sehr gut gefallen. Wirklich, der hat mir sehr gut gefallen. Kam mir auch persönlicher rüber. Das meine ich halt mit authentisch. Also der Anfang kam mir authentischer vor. Aber wie gesagt, hier diese eine Stelle, wo er sich reingesteigert hat, die war geil. Also wenn er daraus so mit der Power, mit diesen Emotionen da drin, wenn er da draußen einen ganzen Song machen würde, glaube ich, wäre das auch cool. Ja, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Gucken wir mal. Aber 2020 soll ja wild werden. komplizier Funktion. Ja? Ja?